Schönen guten Tag zusammen, euer Nkumu Kusa Serge Menga Zibu. Hier spricht einer aus der Bevölkerung, hier spricht einer aus der deutschen Heimat, hier spricht einer, der ursprünglich aus der Demokratischen Republik Kongo kommt. Die meisten meiner Follower wissen das. Ein Beispiel zeigte gerade negativ und intensiv auf, was passiert, wenn ein Wandel in der Bevölkerung stattfindet. Diese Beispiele haben wir in der Vergangenheit in Deutschland erlebt, mit Rufen und anderen, durch Angriffe, Messerattacken und so weiter. Aber ein ganz, ganz negatives Beispiel, Entschuldigung, sind wir gerade in Großbritannien, in England. Jetzt werden sich meine Kritiker sagen, mein Gott, jetzt ist rausgekommen, es ist ein Dunkelhäutiger da und da geht der Schwarte aus Essen hin und will das im Grunde genommen zu seinem Thema machen. Diese Menschen haben eine Sache nicht verstanden und ich würde fast schon sagen, ich würde mir wünschen, die würden in unserer Haut stecken, unter meiner Haut stecken als Migrant und Dunkelhäutiger und auch andere Migranten, die eine andere Couleur haben, um zu verstehen, was solche Meldungen mit uns machen. Ja, er ist in England geboren, er ist mit seinen Eltern dort, er ist 17 Jahre alt, er ist dunkelhäutig. Jetzt werden einige Träumer daraus sagen, ja Herr Meng, aber seine Couleur sollte doch gar keine Rolle spielen. Das ist doch egal, das hätte doch genauso ein Engländer machen können. Natürlich, das wäre deshalb nicht weniger schrecklich gewesen. Wenn wir aber sagen, dass ein Rechtsruck stattfindet, weltweit und nicht nur in Europa und diese Menschen, die diesen negativen, rechtsextremen Rechtsruck befürworten, die schauen wohl auf die Herkunft und die schauen auch auf die Hautfarbe. Lass uns bitte einen trockenen Wein trinken, damit wir ganz trocken und sachlich diese Sache wirklich mal uns gemeinsam anschauen. Und ja, es spielt einen Unterschied, definitiv. Es macht einen ganz, ganz, ganz großen, gewaltigen Unterschied, weil es geht um die Wahrnehmung der Menschen. Wäre es einmal in zehn Jahren passiert, dass solche Sachen uns im Grunde genommen entgegenspringen in den Nachrichten, was Messerattacken angeht und und und. Gewalt von außen, von Menschen, die als Migrant in Europa eingekommen, reingewandert sind, dann würde da gar nicht so ein, so ein, dann würde man das gar nicht so krass behandeln. Dann würden wir uns alle in den Arm nehmen, Schulter an Schultern und um die Toten trauern. Das passiert weltweit. Um euch mal etwas aufzuzeigen, ich sollte ein Interview gegeben haben bei einem sehr bekannten Rundfunk- und TV-Sender in Deutschland. Ich möchte den Namen nicht nennen, weil dieses Interview nicht stattgefunden hat, aus bestimmten Gründen, die ich persönlich nicht mitmachen wollte. Aber was ganz, ganz wichtig ist, habe ich bei dem Thema mit dieser Frau, dessen Namen ich natürlich auch nicht nenne, macht mal nicht, das ist unfair, okay. Die mir sagte, Herr Menga, Sie behandeln Ihren Videos, posten Sie immer Links mit Statistiken, die aber alle falsch sind. Ich sage, Moment, was meinen Sie denn, die sind alle falsch? Ja, diese Statistiken sollten Sie sich mal genauer anschauen, denn, wenn die Ausländerkriminalität steigt, weil wir natürlich auch mehr Zuwanderung in Deutschland haben, dann ist es logisch, sagt sie, das ist logisch, dass dann auch die Kriminalität unter Migranten steigt, aber was Sie nicht in Ihren Videos benennen, ist, dass auch die Kriminalität unter Deutsche steigt. Ich habe sie angeguckt, ich dachte, ich bin im falschen Film. Also, wenn also die Statistiken, die ein Herr Reul und Bundeskriminalamt im Grunde genommen ins Netz stellt, was auch im Fernsehen diskutiert wird, dermaßen falsch ist, wie diese Frau behauptet, auf welche Statistiken wir uns denn dann überhaupt verlassen. Es gibt auch dieses Sprichwort, ja, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gemacht hast. Wenn wir aber die Statistik außer Acht lassen, dann müssten wir ja sagen, dass bei jeder Polizeimeldung, bei jedem Tatverdächtigen und Straftäter und Kriminelle, der verhaftet wird in den letzten zehn Jahren, dann müsste man ja behaupten, die Polizei würde hingehen und die Statistik fälschen. Mit welchem Grund sollte die Polizei denn sowas machen? Die würden doch genau das, was unsere Beziehung gerade so vehement bekämpft, den Rechtsruck, ja, Aufschwung geben. Das macht doch gar keinen Sinn. Und selbst wenn wir hingehen würden, wir würden der Polizei nicht trauen. Wir Bürger dieses Landes sind ja nicht blind. Wir kriegen es doch selber mit, dass eine krasse Veränderung da ist. Deutsche Straftäter können wir nicht abschieben, weil da sind die Deutsche, die haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Und wenn man auch sagt von deutschen Straftätern, dann redet man von Deutschen, weil sie einen migrantischen Hintergrund haben, einen deutschen Pass haben, oder reden wir von Bio-Deutsche. Dieses Wort ist ja auch verpönt, aber ich will es vollkommen in Ordnung, damit es mir einfach mal deutlich macht, dass Deutscher nicht gleich Deutscher ist. Was wollen wir eigentlich? Wir müssen doch friedlich miteinander leben. Und dafür gibt es Mechanismen, die Geld brauchen, damit diese Mechanismen umgesetzt werden. Anstatt Geld zu verballern in einem Krieg Russland-Ukraine, wo wir alle wissen, ich weiß es, dass die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen kann, konnte sie von Anfang an nicht. Gesehen, ein Riesen wie Russland. Wo Milliarden hingeballert werden, ohne Lösung. Schaut mal, wie lange dieser Krieg schon geht. Und man es nicht schafft, einen Dialog auf die Beine zu stellen, damit die sinnlose Getöte einfach auffällt, von beiden Seiten. Ich möchte hier mich für keine einzige Seite aussprechen, das ist nicht meine Aufgabe. Ich habe meine eigene Meinung dazu, aber das ist etwas Persönliches. Dann könnte man lieber hingehen und Milliarden dafür investieren, dass unsere Polizei gestärkt wird, dass sie mehr Personal bekommt, dass der Grenzschutz gestärkt wird, damit Kontrollen stattfinden, wodurch wir ganz genau wissen, wir haben wie bei der Europameisterschaft, Fußball-Europameisterschaft, so viele Schleuser und illegale Einwanderer abhalten können. Was nicht bedeutet, dass diese Menschen kein Recht auf Asyl bekommen sollen. Aber das muss man koordinieren. Damit die Menschen nicht mit Boote über See herkommen und sterben, unterwegs verhungern, vergewaltigt werden, auch ausgeraubt werden. Ja, darüber redet man im Fernsehen auch kaum. Dann könnte man mit sehr viel Geld, was man in Deutschland sowieso an Entwicklungshilfe ausgibt, in den jeweiligen Ländern für Agenturen sorgen, wo die Menschen menschenwürdig ihren Asylantrag stellen können. Wo sie genau wissen, wenn ich meinen Pass wegschmeiße, komme ich da sowieso nicht rein. Denn wir müssen wissen, wer zu uns kommt. Was ist denn daran so negativ? Was ist daran rechts, wenn man sagt, man muss die steigende Kriminalität kontrollieren? Denn es fängt jetzt auch schon an, Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft zu haben. Ich weiß jetzt nicht, welches Land das gewesen ist, ob das Japan oder China war, da müsst ihr mal selber googeln, der im Grunde genommen, die vom Auswärtigen Amt ganz klar sagen, eine Warnung für Deutschland. Es gibt eine Warnung für Deutschland. Wegen der hiesigen Kriminalität. Denkt über mich, was ihr wollt. Sagt über mich, was ihr wollt. Aber ein Kumu Kusa, Serge Mengatzebu ist nicht alleine. Wir sind sehr, sehr viele. Es gibt Millionen von uns in Deutschland, die genauso denken. Es geht hier nicht darum, Menschen, die nach Hilfe suchen, Hilfe zu verwehren. Nein. Aber wenn Hilfe dann geordnet. Wenn Hilfe dann ohne das Importieren von Kriminalität. Wenn Hilfe dann ohne das Importieren von sogenannten Kriegsverbrechern und so weiter. Und es wundert mich, dass man in einem Land für Deutschland sich überhaupt dafür rechtfertigen muss, wenn man sagt, wir halten die Grenzkontrollen aufrecht, weil Deutschland ja nicht der Mittelpunkt der Erde ist. Die Niederlande, Italien und und und, sogar die Türkei, viele, viele Länder leiden darunter. Dass sie feststellen, wir haben Menschen aufgenommen, die es nicht gut meinen. Es gibt auch dort eine Agenda. Es gibt eine Agenda von den Feinden, von den Feinden der Demokratie. Es gibt eine Agenda von Feinden, von Freunden der Ukraine, die ganz klar sagen, diese ganzen Länder, die die Ukraine unterstützten oder Israel unterstützen, im Krieg, denen wollen wir das Leben schwer machen. Die gibt es. und eine einfachere Art und Weise nach Deutschland zu finden, ohne Pass, ohne zu wissen, mit wem wirst du tun haben, gibt es doch gar nicht. Ich bin einer von euch und ich sage es nochmal, ich weiß, was es bedeutet, fliehen zu müssen, um woanders eine neue Perspektive und eine Chance zu geben. Ich werde diese Botschaft immer, immer und immer wieder senden, damit die Leute verstehen, was mein Beweggrund ist. Nicht nur meins, was der Beweggrund von so vielen Influencer da draußen sind. Wir wollen in Frieden miteinander leben. Und wenn Deutschland sagt, wir brauchen Zuwanderung, weil wir einfach mehr Fachkräfte brauchen, da spricht doch nichts gegen. Aber eure Vorgehensweise ist falsch. Kommt alle rein und dann werden wir sortieren, das funktioniert nicht. Ihr habt ja schon verstanden, dass man in den jeweiligen Ländern gehen muss, um eventuell dort anzuwerben. Alles gut, was wir zu wenig haben, soll doch kommen. Aber nehmen wir diese Anstrengungen, machen wir uns diese Anstrengungen auch an, wenn es in Deutschland geht, auch hier die Jugend und die Menschen zu unterstützen, zu stärken, sie zu Fachkräften zu machen, sie besser zu entlohnen? tun wir das wirklich? Ich habe Bekannte in Luxemburg, die dort arbeiten, die sagen, die suchen dort auch Fachkräfteunende. Dasselbe heute hört man von der Niederlande, das hört man von Frankreich, das hört man von ganz Europa. Hat mittlerweile Europa zu wenig an Bevölkerung? Nein. Es geht darum, dass die Menschen größtenteils keinen Bock haben, einen Job zu machen, der nicht verentlohnt wird. Und in dem Moment, wo ihr hingeht und Menschen aus Ghana, Namibia oder wo auch immer oder Indien anwirbt, ihr aber nicht in der Lage seid, dieselben Vorteile, die diesen Menschen geben wollen, die eigene Bevölkerung zu geben, dann ist das für mich einfach nur das Fördern von billigen Arbeitskräften. Nichts anderes. Sorgt dafür, dass die Menschen in Ruhe schlafen können. Und warum ich diesen Beispiel in England genannt habe, ist, weil ein einziger ein einziger eine Flamme entfachen kann, die uns allen wirklich das Leben schwer machen würde. Erinnert ihr euch noch an den arabischen Frühling, wo der Mann sich angezündet hat? Was ist danach passiert? Ein Flächenbrand. Ein Brand, der so krass war, dass es die Politik einiger Länder geändert hat. Wollen wir solch einen Flächenbrand in Europa erleben oder woanders? Nein, wollen wir nicht. Aber dafür müssen wir die Themen wirklich wahrheitsgetreu behandeln. Und zu dieser Dame, die damals zu mir sagte, ja, aber Deutsche begehen ja auch Straftaten und und und. Das ist dann in dem Moment das Problem Deutschlands. aber Flüchtlinge oder Migranten, die an die Tür klopfen und sagen, wir müssen geholfen werden, die dann straftätig werden, das kann man nicht miteinander vergleichen. Der andere hat einen Bleibestatus, der andere ist Deutsche und der andere ist ein Gast. Und die Erklärung ja, wenn mehr Migranten nach Deutschland kommen, dann steigt doch die Auslanderkriminalität. also das ist eine Naivität und eine dumme Aussage, also die machen mich schon wütend. So nach dem Motto, ja, wir müssen damit rechnen, wenn wir viele von denen reinnehmen, viele von denen werden auch kriminell werden. Das darf doch gar nicht wahr sein. Wenn es nach rechten Dingen zugehen würde, dann müsse der prozentuale Anteil an Ausländerkriminalität, eingewanderte Ausländerkriminalität, viel, viel geringer sein als die Kriminalität unter sogenannten Deutschen. Habt den Mut, die aktuelle Veränderung in die Augen zu sehen. Denn jeder von uns ist jetzt wirklich gefragt. Die Ruhe zu bewahren, denn der einzige Mechanismus, was wir haben, was legitim und legal ist, ist unsere Einmischung in der Politik unseres Landes, Deutschlands. Die Kommunikation miteinander im Positiven zu halten, aber ganz klar zu sagen, es muss sich was verändern. Nicht durch Gewalt, nicht durch Hetze oder sonst was, sondern durch die Möglichkeiten, die die Gesetzgebung uns als deutsche Staatsbürger erlaubt. zu entscheiden, welche Organisation im Lande und welche Parteien und welche Politik wir unterstützen möchten. Danke.